Die große Frage ist, wo sind wir jetzt? Das wird so geil. Oh, was? Du hast übelst die Rüse an. Warum kannst du überhaupt furzen als Ton, Mann? Oh, was? Wie geil! So, nehmen wir mal alles durch jetzt. Ja, wir nehmen jetzt alles durch hier. Machen wir erstmal alles kaputt. Warte mal, ich bin ja links. Ich kann, das kann ich. Das kann ich. Also, ich habe mich gerade festgebackt. Warte. Oh, was? Übelster Angriff. Oh, ich kann mich porten. Wie geil ist das denn? Man hat auch noch eine Ulti. Man hat auch noch eine Ulti. Soll ich die einmal machen? Meine? Ja. Alter, du bist übelst der GWF, übelst der Great Weapon Fighter. Zwei Handwaffenkriege. Mit anderen Worten. Das muss einer auch gleich. Jetzt. Alter, es ist so geil. Das ist ja mal richtig cool. Ich kann mich porten. Guck mal, ich komme hier nicht durch. Ja, und ich kann mich porten. Überhaupt kein Problem für mich. Flitzen. Zack. Okay. Ach so. Kann nur ich, glaube ich. Aber das stand mit X soll man flitzen. Ja, aber das X war blau. Verstehst du? Ja, 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 ja. Hier Angriff. Ach so. Okay. Wie geil ist das denn bitte? Oh, ich will bitte immer in diesem Kostüm bleiben. Grinden und in diesem Kostüm bleiben. Vor allem ist das jetzt gerade so ein bisschen, äh, ähm, Dungeons mäßig, ne? Also Diablo oder... Oder halt Minecraft Dungeons. Oder Minecraft Dungeons, genau. Entschuldigung, ich wurde anvisiert. Alter. Alter. Die Attacken sehen doch noch gut aus. Aber das muss ich jetzt machen. Ach so. Nee. Das weiß ich auch gerade nicht so richtig. Komme ich da einfach rüber? Nee. Ich kann mich doch... Ich kann flitzen, kann ich. Ach so, dann... Ah, okay. Hm. Ja, jetzt muss ich das hier einfrieren. Zack. 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 Warte, wir können auch nochmal zurück. Ach so, wir müssen erstmal den besiegen, wa? Wie doll, Alter. Viel zu krass. Ich bin fast down. Keine Ahnung, warum ich so... Wie ich so viel Schaden die ganze Zeit kriegen kann, aber... Irgendwie funktioniert das anscheinend. Was musst du machen? Oh, oh, oh. Ja, da kann ich nicht rein. So. Hier nochmal. Ah, da ist jetzt noch einer drin. Warte, den nehme ich erstmal weg. Der macht nämlich die übelsten Geschosse. Und... Und Special. Zack. Oh. Hast du alles geowned? Nein, da musst du nochmal rüber. Müssen wir nochmal lang? Müssen wir hier nochmal langen oder... Oder kamen da nur Gegner durch? Ich glaube, hier kamen nur Gegner durch. Okay. Alter, ist das cool. So. Totale Vernichtung. Drüben sind auch noch welche. Kannst du einmal rüberflitzen. Das hätte ich wirklich, wirklich nicht erwartet bei dem Game, dass sie so dermaßen viele Jogos miteinander vermixen und so viele geile Sachen machen. Definitiv. Das wird noch viel heftiger und hier gibt es noch viel heftigere Easter Eggs. Das ist einfach der absolute Knaller. Warte, da lag noch eine Truhe. Nein, nein. Oh. Gut, dass ich mich porten kann. Ups. Das ist ja dumm. Oh, zack. Oh, oh. Das ist ja dumm. Ich hätte wohl doch ein bisschen geduldiger sein müssen. Übelse Schildträger. Gar keine Chance. Freeze. I am the... Ice King. Ice Queen. I am the... My name is Elsa. Okay. So. Hier. Ach ja. Genau. Ich kann hier was machen. warte, 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 warte. Kannst du mich doch hier nicht einfach alleine stehen lassen. Wie der gar keine Chance hat. Wie der gar keine Chance hat. Viel zu doll. Ich sterb die ganze Zeit. Weil du so unvorsichtig bist. ist eine Möglichkeit. Warte, 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 warte. Lass die Dinge hier. Zack. Es sieht so gut aus. Mein Dungeon sah auch richtig gut aus. So ist es ja nicht. Wie fasziniert du von diesem Spiel bist. Es begeistert mich. Ja, weil ich schon lange keinen solchen Bringer mehr gespielt habe. Also die Final Fantasy zum Beispiel ist ja für mich auch immer noch der absolute Bringer. Aber was? Mein Little Nightmare ist jetzt oder was? Wer denkt sich denn sowas aus? Die Entwickler irgendwie. Komm, 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 beweg dich. Ah. Alter, die ist übelst creepy. Schnell, 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 schnell. Ja, wie denn was denn? Du musst, du musst, du musst das durch. Ich muss durchs Tor, ich muss durchs Tor. Warte, 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 warte. Alter, diese Holztore gehen nicht kaputt. Oh, das tut echt weh in den Fingern. Da eben, Kleister. Mich hat er erwischt. Ach so. Ja, ich muss ja nur Dreieck drücken. Alter, wie die Jungs lacht. Ist das übel. Und jetzt? Komm, 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 mach kaputt. Alter, sogar der Abgang ist creepy. Mit dem Daumen nach oben. Ja, das heißt ja wohl Daumen hoch für das Video oder was? Auf jeden Fall. Was ist das auch sonst? Kann es doch nur. Jetzt haben die Entwickler extra für dein Video reingebracht. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es bei keinem anderen YouTuber außer bei mir zu sehen ist. Genau. Und kein anderer YouTuber hat das drinnen gelassen. Außer wir hier in diesem Let's Play. Äh, er kriegt keinen Schaden. Was glaubst du, müssen wir machen? Ja, wahrscheinlich müssen wir irgendwie was einfrieren hier. Aber ich weiß noch nicht genau was. Oder wir müssen ihn an den Schlüssel. Ne, an den Schlüssel bringt ihm nichts. Bringt uns nichts. Du hast es nicht gesehen, ne? Ne, irgendwie noch nicht. Äh, irgendwie verstehe ich es gerade nicht. Müssen wir ihn jetzt an die Boxen führen oder eher an die Ketten? Hier ran immer. Achso, gut. Das sollte ja nicht das Problem sein. Boah! Okay, jetzt an die letzte Kette. Na komm, putt, 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 putt. Alter, hier kommen übelst viele Ärzte in der Zwischenzeit. Komm jetzt rüber. Na, spring rein. Das machst du ganz fein, Hundi. Ganz fein. Der sieht aus wie von Trolljäger. Aus der Netflix-Serie. Achso, da sieht... Weißt, was Trolljäger ist? Du weißt, was Trolljäger ist. Gut. Dann guckst du eindeutig das Richtige. SuperRTL. Glauben. SuperRTL liebt es auch, ja. Kann sein. Oder auch Kicker oder so, ne? Ja. Auf jeden Fall ist das aber ein, äh, Netflix-Original. Und ist auf jeden Fall, äh, richtig genial. Warum riegt sie sich denn jetzt wegen dem Schachbrett so auf? Weiß ich auch nicht. Müssen wir den Schach spielen? Oh, es wäre so schön gewesen. Ich hätte das so gefeiert. Nein, ich will immer ausweichen mit Kreis, aber es geht ja nicht. Geht ja eher mit X. Ja, außerdem ist Flitzen auf Viereck. Ja, keine Ahnung, warum ich immer mit Kreis ausweichen möchte. Du nimmst König, ich nimm Königin, also. Ja. Oder wir nehmen beide eine Person erst mal weg. Ich glaube, ich auch nicht so schlecht. Oh, die Pferde. Ich glaube, so funktioniert das Spiel aber nicht. Also in echt jetzt. Nee. Oh, nicht so. Aber das Geile ist... So spielt kein Turm. Nee, aber das Geile ist, dass die, äh, Figur sich ja trotzdem tatsächlich so bewegt. Das hier. Oder beziehungsweise den, die Bewegungsradien sind richtig gewählt. Also mein Special finde ich nicht so geil in Sachen Wirksamkeit wie deins. Ja, Schaden an dem macht es jetzt auch nicht wirklich. Ich muss da auch immer ganz genau drauf zielen und du brauchst halt nur deinen Wirbel irgendwo hin platzieren. Das ist viel besser irgendwie. Ja, Ansichtssache, glaube ich. Also bei mir macht die Kreisattacke zum Beispiel extrem viel Schaden. Bei mir, glaube ich, auch. Viel mehr auf jeden Fall auch. Ich habe auch Flächenschaden mit Kreis. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das wirklich Flächenschaden macht. Aber er macht übelst viel Schaden. Aua, nein. Alter, freeze. Du König, du, freeze. Ach, den Turm kaputt. Ach, die kann man... Oh, wir können den auch einfach zerstören. Dann wären wir viel entspannter unterwegs. Alles gut. Alter, schon besiegt? Na klar, wir sind die Besten. Irgendwie, wenn ich dann so schwarz vergehen sehe, kommt mir das so vor, als wenn Dr. Hakim eigentlich ein böser Zauber wäre. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, I remember. Haha, boom. There you go. See? I know what I'm doing. Ah, 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 ah. Er weiß, was er tut. Oh, nee. Ergo, our magic outfits. Ach, maan. Ja, das ist, äh, ist wirklich schlau, aber nur dann, wenn man es auch nicht vergisst. Naja, ich glaube nicht, dass er dabei gedacht hat, dass er irgendwann so winzig ist und da reingehen muss. Ja, dass er, er hat wahrscheinlich gedacht, dass die Spielzeuge da durch müssen. Hm. Und sie wollen ihren Plan wirklich immer noch durchziehen. Das finde ich nicht so geil. Warum nicht? Ich bin die Elefant, Rosas beste Freund. Willst du ein paar Kucki? Ich liebe Kucki. Cody, du bist nicht hier, um deine Gesichter mit Kucki zu schlau. Let's just do this. You sound unhappy. You can tell me what's wrong. That's what friends are for. No, no, nothing's wrong. It's great. Everything's like super great. Everything's super great. You're not happy. You need a hug. I kind of do. Oh, Cody, what are you doing now? What? Kill her. Kill me? Why do you want to kill me? Oh, no, 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 we don't want to kill you. We just kind of have to. Get to the little bit. But I'm cutie, the loving elephant. I love Rose. And Rose loves me. I don't want to die. I don't want to die. I don't know. But we have no choice. I'm sorry. No. No. Wieso? Das ist auf so vielen Ebenen falsch, was hier läuft. Das wird gleich noch viel falscher. Und an alle Elefantliebhaber, ihr solltet fünf Minuten vorspulen. Das ist sowas von... Das muss so anders funktionieren. So anders laufen, damit das korrekt ist. Aber warum? Nein. Das ist nicht deren Ernst. Ich schätze, so trötet der Elefant nun mal. Heißt das nicht so zerbrüselt der Keks nun mal? We have to make Rose cry. It's nothing personal. We just need to break this spell. So. Gibt's hier noch ein Minispiel, das wir erforschen können oder so? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. So, nun was musst du jetzt tun? Ah, ja. Ich seh's schon. Okay. Du musst ein bisschen vorziehen, sag ich dir. Mit Dex. Du hast voll zurückgemacht. Hallo. Einmal hier rüber. Stampfen. Ach, dein Ernst? Das ist wieder zu spät, ne? Ja. Ja. Wir werden versuchen, dich vorsichtig zu töten. Jetzt kommt sie runter, ne? Ah, jetzt. Jetzt haben wir sie. Und jetzt kommt so ein Schredder. Jetzt müssen alle Elefantliebhaber entweder abschalten oder vorspulen. Das hast du ja vorher glücklicherweise schon gesagt. Und das Spiel soll ab zwölf sein? Ja. Zieh. Nein. Nein. Ich will aber nicht. Zieh. Ich will aber nicht. Ich will nicht ziehen. Das ist lustig, was? Das ist lustig. Wie sieht die Musik sich auch gerade verändert? Das wird irgendwie immer schlimmer. Die Musik wird gerade richtig fies. Oh, nee. Ich will das nicht durchziehen. Toll. Im Inneren willst du das, Tommy. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Sie darf sich nicht wehren. Ich fühle mich wie ein Schurke. Dann brauche ich eine Therapie. Jetzt wird es noch geiler. Oh, oh. Zieh. Zieh. Anstatt, dass wir erst mal den Stift da rausziehen. Nein. Ja, und ich sehe auch schon, woran sie sich als nächstes festhalten wird. Nee, nee. Nee, okay. Doch, wird sie. Habe ich doch gewusst. Ja, aber, 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 aber. Macht nichts. Wer ist dich viel lustiger, stattdessen Seil zu hüpfen? So, runter mit dir. Vor allem. Sag das doch nicht. Vor allem ist ja noch nicht mal raus, dass sie, äh, dass Rose sie überhaupt findet. Ja, oder dass Tränen hier auf den Zauber brechen, weil das ergibt kein, in meinen Augen ergibt das gar keinen Sinn. Dass Tränen den Zauber wieder rückgern nicht machen. Oh nein. Wie die Ohren und das Bein da noch hinterher geschmissen. Das ist gut. Das ist gut, honey. Ja, komm, darling. you okay oh no cutie poor cutie i'm sorry i'm so sorry you hurt yourself wieso freuen die sich jetzt so das darf nicht sein hört auf euch zu freuen schweet schweet tears Ja, ja, ja. So Leute, das war wieder spannend. Ihr habt noch nicht genug? Drückt den Abo-Button, schaut euch das nächste Video oben rechts oder ein Video, das der Algorithmus für euch ausgesucht hat, an. Außerdem verpasst dem Video gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.